Ich mache Monster, wenn es passt. Okay. Ich stand so neben dir, dass ich dir gleich helfen kann. Ich spiele Short von den Monstern. Ja, passt super. Eigentlich wäre ich gerne nicht peaked wie ein Gestörer, aber... Ja, das mache ich gerne mit der AW. Oh! Was? Ruh, ein Bullet-Headshot. Zweiter? Ich bin Short. Zweiter ist Short. Ich werde Bombe jetzt holen. Nein, ohne Short. Ah, schade. Clever. Komm, der hat doch jetzt schon 5, 6 Buddy-Hits gekriegt. Ja komm ey, jetzt geht mir langsam die Munition aus. Jetzt spielen wir halt durch die Sitzschmeldung. Oh, der Knieschuss! Jawolli. Crazy. So. Ja, vielleicht habe ich dir gesagt, ja. Sollen wir einen Bus machen? Sollen wir einen Bus machen? Sollen wir einen Bus machen? Nein, 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 nein. Okay. Ah, warum? Nein. Pass auf. Und, tschüss. Bombe ist da. Und, tschüss. Und, tschüss. Vom Jantan an Jalil. Vom Jantan an Jalil. Hast du Metsfuss? Ja. Ausnahmsweise. Nur kurz. Vielleicht lässt sich der abholen. Der lässt sich lieber Monster in der Zitze. Nice, Clay. Beide. Okay. Ich habe Monster gesorgt. Kann du? Habe ich. Was? Oh, der zweite ist schon... Aua! Hey, aua! Uh, der hat weg seine. Warte, die flaschen. Ah, der ist immer nur short. Bin aber low. Komm. Na, schade. Can't stop. Won't stop. Can't stop. Der war fickert. Wo ist denn die an? Geflogen? Ja, manchmal, wenn er da blöd trifft, spekulieren. Ja, ja. Aber der hat dazu, dass ich jetzt gerne loskämter beim Boost. Und 360 macht. Tschüssi. Es ist ja leckerlich. Are you mad, bro? Tadada! Es ist sooo traurig. Ja, jetzt sind sie echt traurig. Ich kaufe mal einen Diffuser, aber wohnen. Ah, ja. Guter Crowd. Wir befinden uns hier in einem Global Elite Match. Ein Silber Elite Match? Der kommt da schon. Der hat da einen Schockern jetzt. Na ja. Ich glaube eh in der AK. Nein, nein. Aber der zweite nicht. Jetzt wird es so rasseln. Schade. Ja, die haben boostet. Die sind jetzt wieder zurückgesprungen. Ah, einer ist noch in der Smoking gesiegert. Da kommen die 10 Monster. Sie wollten sich über den Smoke boosten. Ah, der ist los. Nice. Haben die AK? Äh, nein. Na. Ah, doch da. Ja. Danke. Du kennst mich doch hier wie eine alte Nova-Gamer. Ich will nicht sagen. Aber ich habe hier am zweiten nur 14 Damage gegeben. Ah, fuck. Oh, da ist ein Scout. Oh, der ähmt lang durch. Ah, ja. Oh, danke. Okay. Achso, sorry. Der schiesst einfach blind in den Smoke durch. Oh, der ist schon, glaube ich. Ja, ja. Da habe ich keine Angst, wenn der mit dem Scout da hinten pusht. Na, warum bin ich jetzt runtergefahren? Ich habe gar nichts gemacht. Das war der ein Shot, oder? Ja. Boah! Hä, wo hat die AK hergekommen? War das der Scout, du? Okay, da hätte er jetzt aber schon hier sind. Nice. Sui! Jetzt tiltet er langsam. Na, der hat die Scout gehabt. Der war schon komisch. Ja, ja. Ja, den hat der gewechselt. So. Jetzt wird er wegkommen. Ja, ja. Ich gehe jetzt voll Monster hinein und klopfe ihn weg. Vielleicht direkt. So. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Klappt immer. Vorm belegt Monster. Ah, der ist, ah, der ist ein Ding durch Connector. Dieser habe ich ja gar nicht auf dem Schirm geholt. Aber der kann nur Connector durchgehen oder mehr geht der nicht? Nein, nein. Das ist ein Weg gewesen. Das ist halt ein anderer Weg. Nein, nein, nein. Aber es ist immer so geil, wenn du die ganze Defensive spielst. Dann gehst du schon mal voll direkt mit der Hand. Dann gehst du ihm gerne nur den Burn reinhauen, wenn er Blenden will. Ich hoffe so, dass er nicht hilft, der Indian ist schlecht. Wenn du dich echt so smart bist, dann bist du. Gamed wie ein Weltmeister. Was ist ja Halbzeit. Äh. Du hast du da süß gekauft. Süß. Du hast eine Wanne mit mir. Hat sie gehört. Ah, fuck. Haben wir beide. Sind beide lang. Tun wir sie. Schöne. 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 Uff. Das ist ein starker T-Runde. Kurz hab ich geschwitzelt. Schöne. 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 Wir gehen jetzt mal rein. Wir wollen nur noch eins, oder? Ja, ja. Ich will Koffe zum Molly. Ich will Barrels burnen. Du kannst damit auf die Schuhe kommen. Und man schaut keine andere. Ach so. Ja. Ja. Nur das ich nicht gleich hinterwuchs. Zum Schoss. Aber ich mag den Burnwerfen. Schau aber dort starten. Ok. Sie haben nochmal auch schon gehabt. Ich hab Kessler. Ja die nicht. Krass. Ja. Der ist weg. Ja der kann. Aua. Auch schön. Ah schön ich bin ich. Uff. Da lagts. Hey. Danke fürs Zuschauen bei deinem kurzen schnellen YouTube Video. Ist ein Tutorial wie man die neuen Null wegflext. Und hoffentlich massiert sich bald wieder. Wiederschauen. Da sind wir aber Simpli der Weh vorbei. Haha. Wir haben alle rausgeschnitten. Scheiße ja was.